Was geht ab, Freunde, Jose hier für euch. Lukas und Lars sind leider gerade im Urlaub, deswegen wird es mal wieder Zeit für ein neues Best-of, Leute. Und heute gibt es nämlich die 10 besten Fußball-Challenges aller Zeiten von den Boys. Von 1 bis 10, alles wird dabei. Mittlerweile machen wir die, wir, ich meine die Jungs, schon seit über 2 Jahren Fußball-Challenges. Also auch ein paar richtige Oldschool-Dinger dabei. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock habt auf Bear Best-ofs. Und schreibt auf jeden Fall mir in die Kommentare, welche eure Lieblings-Fußball-Challenge aller Zeiten ist. Und damit verabschiede ich mich auch, Leute, euer Jose. Habt Spaß mit dem Video, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao. Herzlich willkommen zur Gymnastik-Ball-Fußball-Fußball-Challenge. Okay, jetzt mach weiter. Booster-Fußball-Fußball-Fußball-Challenge. Wooster-Fußball-Challenge. Hey, was Olympics haben Sie? Gymnastik-Bälle sind einfach meine Leidenschaft. Und der kleine Hanis, natürlich. Der ist schon wieder am Schlafen. Hey, was ist da los? War zu anstrengend für ihn. Du warst schon auf Holziniveau, kann man sagen, hat das Lattern gut gemacht. Holziniveau wäre, glaube ich, da oben irgendwo in den Wolken. Das war gut, das war gut. Habe ich rausgehauen, ey. Holziniveau, Freunde. Ja, das ist für mich. Ein Punkt. Manchester United, bleib dran. Aber nur Manchester ohne United hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Lattern setzt an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist einfach so klingelt. Ich zeig euch jetzt einen Einfluss mit Punkt 10 immer. Zeig mir den doch erstmal! Oh mein Gott! Like und abonnieren. Nächstes Mal wieder einschalten Leute. 10.000 Likes, ne? Na weißt du das? 10.000? Gat! Der ist weg! Raffi kann man doch mal einen guten Tag halten! Alter gib dir das mal! Hey Trigger bist du dumm du sagst gib dir das mal und ich film das du... Ich hab noch nicht mehr gedacht, ich bin das! Letzte Challenge! Teurozieher! Im Tor ist unser Anis! Weil Marius alles verloren hat, darf er jetzt eine schöne Habanero essen. Respekt, dass du das ganze Ding gefressen hast, Alter. Dank doch mal! Ach Gottes Willen! Ja, komm, reicht! Oh, Alter! Los geht's mit dem Video, wir versuchen einfach ein paar coole Schiffe rauszufahren mit dem Ball. Da bin ich auch dabei, ich geb alles. Schon unfair Leute, ich hab immer Buffon im Tor. Oh, schade! Roboter mit Senf ist mir egal. How could this happen in me? Ich versuche jetzt zu kommen. Ich versuche jetzt zu kommen. Ich heb ab! Nichts hält mich! Und das ist ein Reise! Imposiv, wir brauchen die ersten Reise! Ich versuche jetzt mal zu gehen! Das war ein tolles Spiel! Komm, wir gewinnen das Spiel, Junge! Fallrückzieher, einer meiner leichtesten Übungen. Easy, komm! Ja, ja! Ja! Oh! 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 Bruh! Egal wie der kommt, ich hab den! Oh! 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 Was ist mit dir? Ich dachte, du springst hoch, Alter! Jawoll! Oh! Gut schlocken! Mach mal den Ball schön sauber hier! In einem ist Wasser, und zwar bis oben hin, und zwar in dem hier. Und dementsprechend ist der Ball richtig, richtig schwer. Das heißt, wenn wir den kicken, brechen wir uns wahrscheinlich den Fuß. Action! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bereit? Bereit! Oh mein Gott! Oh, oh! Er rollt einfach rein! Ey! Mein Gott! Das gibt es doch nicht! Oh, oh! 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 Oh mein Gott! Oh! 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 Oh mein Gott! Hast du mit dem Schienbein getroffen? Ja! Hau mal richtig drauf, komm. Okay, aber es ist no luck. Komm jetzt, einen, einen schön. Ja, der stand gestern schon im Kicker. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Ich nehm den Ball ganz entspannt in die Mitte. Frohe Gewalt. Krafttraining, ey. Hey, Maruta, stopp! Meniskusschaden. Go, go, potatoes. Machen wir heute ein kleines Elferschießen. Ich bin fest im Tor und die drei, die dürfen sich dann kloppen. Okay, wir sollten dann mal langsam ins Bild kommen. Leute, ich hab euch noch was zu sagen. Ich hab elf Meter. Warte, sag, wenn's zu eng ist. Du bist zu eng. Geht der Ball jetzt auch rein? Okay, alles klar. Komm, schieß, schieß! Ach, Junge! Fuck, fach! Nix gespürt. Ja, das sind die Steroide. Wenn er gleich hinter der Kamera ist, dann packt er sich wieder einen Hintern wie bekloppt. Nee, jetzt geht es da. Oh, scheiße! Ich mach mit Hacke in sein Gesicht. Daumen. Wenn du weitere Fußball-Challenges kommst, kommst du heute aus den 80ern. Daumen hoch, in die Kommentare schreiben und ciao! Wie ist das? Ja, das sind die Leute. Und ich mache auf den 1.0, was ich? Ich mache auf den 24-Land. Daumen hoch, im Dr. Waal-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah. Ich mache darauf, dann schieß, ich mache mit H停-A-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah! Ja, daaum-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah. Töne, daaum-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ahs. Vielen Dank.